Musik Der 13. November 2014 war ein großer Tag für Konrad Elektronik. Am Hauptsitz in Wernberg-Köblitz wurde der Erweiterungsbau des Logistikzentrums unter Mitwirkung des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer feierlich eingeweiht. Bereits im April 2012 war der Spatenstich erfolgt und nach zweieinhalbjähriger Bauzeit und einem Investitionsvolumen von rund 56 Millionen Euro ging das Logistikzentrum nun in Betrieb. Bayern blüht und es kann nur blühen, wenn es solche Unternehmen gibt. Musik Grüß Gott und herzlich willkommen zur Einweihung unserer Logistikerweiterung. Musik In der Ansprache verwies der Vorstandsvorsitzende Dr. Werner Konrad darauf, dass durch die neue Anlage jetzt das Arbeiten für die Mitarbeiter im neuen Logistikbereich deutlich einfacher und effizienter werde. Dass dem Standort Wernberg-Köblitz gegenüber einem Standort in Polen der Vorzug gegeben wurde, zeige die Verbundenheit zur Region. Die Region war gut zu uns. Wir konnten viel auch profitieren von den Menschen, die hier sind, die treu zu unserem Unternehmen stehen, die teilweise in der dritten Generation bei uns arbeiten, die teilweise 50 Jahre für uns arbeiten. Das alles schafft natürlich schon eine emotionale Bindung und Nähe, die einen dann natürlich auch überlegen lässt, wo man investiert. Und wir möchten halt, dass die Investitionen, die wir tätigen, den hiesigen Firmen zugutekommen und dass die Steuern, die wir zahlen, auch den hiesigen Gemeinden und Landkreisen zugutekommen. Und das ist letztendlich, ja, neben den wirtschaftlichen Themen und Risikoabwägungen ein höchst emotionaler Entscheidungsfaktor gewesen. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer war voll des Lobes für das Oberpfälzer Unternehmen. Konrad Elektronik ist ein absolutes Flaggschiff für uns, was die Arbeitsplätze angeht, was die Bedeutung für die Region angeht. Mehrere tausend Familien haben dadurch ihren Lebensunterhalt. Junge Leute werden hier ausgebildet, kriegen den Profiand für das ganze Leben mit. Auch der Schwandorfer Landrat Thomas Ebeling würdigte die Leistungen von Konrad Elektronik für die Region. Bürgermeister Georg Butz bedankte sich nochmals ausdrücklich für die Standorttreue des Familienunternehmens. Wir bedanken uns bei der Firma Konrad für die Ansiedlung Mitte der 90er Jahre hier in Wernberg-Köblitz und heute für durch diese Erweiterung dokumentierte Standorttreue. Die beiden Geistlichen, Pfarrer Markus Ertel und Pfarrer Georg Hartlenert, segneten nach den Festreden mit der musikalischen Untermalung von Reverend Dwight Robson und seinen Golden Voices of Gospel die Anlage. Anschließend lud Moderator Dr. Bernhard Heimerl die Verantwortlichen dazu ein, den Startknopf zu drücken und die Anlage damit endgültig in Betrieb zu nehmen. Dann war es soweit. Ministerpräsident Horst Seehofer, Unternehmer Klaus Konrad und sein Sohn, Vorstandsvorsitzender Dr. Werner Konrad, drückten den roten Knopf. Das erste Paket wurde mit ein paar Anspielungen auf die energiepolitische Diskussion gepackt und an die Adresse der Bayerischen Staatskanzlei verschickt. Und auch die Mitarbeiter zeigten ihre Bewunderung. Ich hatte ja die Möglichkeit schon vorher zu testen und mich einzuarbeiten, aber jetzt, wo sie eröffnet ist, ist es schon Gänsehaut irgendwie. Unternehmer Klaus Konrad zog nach der Veranstaltung eine positive Bilanz. Also für mich ist es nicht ganz neu, denn ich habe ja nun in meinem ganzen Leben schon viele, viele Eröffnungen gemacht und wir haben immer wieder gebaut. Aber das ist natürlich, schlägt alle Rekorde. Also ich muss sagen, ich bin selbst begeistert und ich hätte mir das auch gar nicht so vorstellen können. Aber erstmal ist die Investition super und das Fest heute war natürlich grandios. Also ich muss sagen, das Beste, was ich bisher erlebt habe. Konrad Elektronik macht mit der neuen Hightech-Anlage einen weiteren Schritt in die Zukunft. Ab sofort kann Konrad täglich bis zu 100.000 Pakete an Geschäfts- und Endkunden weltweit liefern. Das Konrad Logistikzentrum gilt als eines der modernsten in ganz Europa. So, jetzt offensive und verlassen sich die Ausbildung und korrigieren oderindmöglichen einfach oglämationen. So, die Suite, nun auf Wasser für die範